MotorTV 22 powert bei MySport MyStory. Zwei mutige Geschäftsmänner haben hier eine neue Motorsport Szene ins Leben gerufen. Christoph Gerlach und René Binner, die mit der Motorsport Festival hier eine neue Szene rund um den Rundstreckensport bieten möchten, das leider durch Covid 19, durch die Corona keine Zuschauer zuließ, wurde dies ohne Zuschauer gestartet. Nichtsdestotrotz gab es tolle Rennen, tolle Sieger und wir konnten ein Rennwochenende hier am Salzburgring erleben. Ja, wir von MySport MyStory waren mit dabei und konnten das ein oder andere Interview aufschnappen und die ein oder andere Szene berichten. Ja und wir freuen uns auf die neue Rennserie für 2021 mit Motorsport Festival, René Binner und Christoph Gerlach. SportTV 22 Bauer bei MySport MyStory. Ja, wir sind in der Box von der Mücke Motorsport. Stefan Mücke, Peter Mücke, ihr zwei fahrt bei dem Motorsport Revival hier am Salzburgring mit und seid immer wieder mit eurem schönsten Auto. Ja, absolut. Das ist unser Zaxpi Topo Cabri, Originalauto von der Deutschen Rennsportmeisterschaft aus 1980, 81 und 82. Klaus Ludwig ist da mitgefahren. Ja und es ist sehr schön wieder hier sein zu dürfen. Gestern hat man nicht ganz so gutes Wetter im Qualifying gehabt, war doch recht nass gewesen, Freitag schon trocken, heute sieht es wieder sehr sehr schön aus. Wir freuen uns über unsere erste, ja, historische Rennveranstaltung, aber allgemein auch unsere erste Rennveranstaltung in diesem Jahr und von daher ist die Vorfreude natürlich umso größer, heute Nachmittag ins Rennen zu gehen. Stefan, du bist ja normalerweise in Deutschland bei Radio AC GT Masters mit dabei. Wie sieht es da aus? Ja, da sind wir auch gerade von einem Test gekommen. Also es geht auch dort wieder los. Wir haben nächste Woche unseren offiziellen Test von der Veranstaltung her und dann geht es Ende des Monats am Lausitzring mit dem ersten Rennen los. Also auch da können wir es kaum warten, nach gut drei Minuten wieder Pause jetzt endlich wieder hinter das Lenkrad reifen zu können und bald auch wieder Rennen fahren zu dürfen. Wir freuen uns, wenn wir euch hause sehen auf der Rennstrecke. Toi, toi, toi und viel Glück für heute. Vielen Dank! Einen Minuten Kaffee. Gleich geht es los! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018